Männer gibt's hier heute wieder reichlich und wir werden nach wie vor begehrt, weil leider sind sie furchtbar weichlich. Keiner ist ein Kerl, wie sich's gehört. Manche trägt am Kinn ne Stompelfräse, daran sieht man nur, er ist ein Mann. Blase kenne ich, zarte und nervöse, nur im Traum erscheint mir dann und wann ein Neandertaler, ein Neandertaler, den ich kämmen kann auf seinem Schulterblatt. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, der so ne richtigen Meisterringerkörper hat. Er malt Höhlenbilder ohne jeden Ismus, ohne Schnorchel holt der Fische aus dem See. Kennt nicht Bandscheibe und kenn nicht Rheumatismus, aus der Felsen klopft der Mann mir ein Buffet. Ein Neandertaler, ein Neandertaler, gegen den wer mir die anderen Männer schnutzt. Die sind mickrig, die sind schmächtig, nee so'n stramm, tatsammöchtig. Jeden Dienstag wasch ich ihm den Ländenschutz ein ein. Kommf. Nacken. Untertitelung des ZDF, 2020